Hier sind wir noch nie rumgelaufen. Wollen wir mal schlafen wegen Heal und so? Ja, ne? Ach komm. Die 600er. Ey, wir haben Cash. Cash on the Bash. So, äh, wir wollen bestimmt zum König. Das hatten wir vor, richtig. Der König ist neid. Oh, wer bist du? Wir sind Krankenschwestern, ja, richtig gehört. Für Menschenaugen mag der Unterschied nicht so offentlich sich neid, aber wir sind Frauen. Ah ja. Hi. Ihr seid zurück. Ich habe schon auf euch gewartet. Was ist mit den Kristallen? Keine Chance. Wir hatten leider kein Glück. Verstehe. Goldberg setzt alles daran, euch den letzten Kristall zu bekommen. Er versucht zur Stunde der versiegelten Höhle gewaltsam zu öffnen. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis er Erfolg hat. Ich möchte, dass ihr eben zuvor kommt und den Kristall an euch nehmt. Luca. Ja, Volker? Bring mir deine Halskette. Ja. Diese Halskette ist nämlich in Wirklichkeit der Schlüssel für die versiegelte Höhle. Ohne diesen kann eigentlich nichts und niemand die Höhle betreten. Bitte, ihr müsst den letzten Kristall behüten. Wir geben unser Bestes. Du kannst Kette erhalten. Komm, ich schieb dir hier vom Thronen-Ding in, Bruno. Die Halskette ist ein Erbstück. Sie gehört zu meiner Mama. Versiegelte Höhle. Haben wir irgendwo eine versiegelte Höhle? In der Oberwelt war doch noch diese eine Höhle. Was ist hier noch? Oh. Ich bin falsch. Falsch abgebogen. Sorry. Sorry, sorry. Pam, pam. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Sie hätten noch weiter leben können, wenn ich nicht hier rausgegangen wäre. Dann hätten sie noch weiter in Frieden leben können. Aber nein. Da bin ich einmal falsch abgebogen. Und musste direkt drei Kobolde töten. Ach, so gehört sich das nicht. Haben es halt auch nicht alle einfach. Komm, auch hier. Irgendwann die Karte offen. Ist euch das mal aufgefallen? Ich muss mich gerade echt anstrengend die Karte nicht so öffnen. Da, 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 da. Aber wie kommen wir denn hier raus? Müssen wir wieder den Torm hoch? Den Torm hoch zu diesem Teleporter, der außer Betrieb war? Das kannst du haben, oder? Kannst du das haben? Kannst du das haben? Oh, dann speichern wir einmal. Dun, 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 dun. 18 Stunden schon. Let's go, Falke! Warum kann ich nicht? Warum kann ich nicht? Einfach. Einfach da rüber. Guck mal, da drüben. Muss doch bestimmt wieder rein, oder? Und noch putzen muss ich da wieder rein. Versiegelte Höhle. Hm. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen... In der Oberwelt. Bei der einen Höhle, wo ich mit diesem Luftschiff-Pissen-Boot hingeflogen bin. Oder vielleicht der Vulkan rechts. Diese schwarze Dinge, was so auffällig da ist. Dass, wenn wir da hingeflogen sind, dass die sagen, hier, blablabla, wir haben die Eizkette. Let's go. Also, der Mai fliegt da... Fliegt da lieber als erstes eben hin, bevor wir hier unnötig den Tor hochlatschen und dann wieder rauslatschen. Naja, rauslatschen bräuchten wir rein theoretisch nicht. Wir könnten ja Teleporter benutzen. Aber dennoch... Müssen wir erstmal hochlatschen. Warte, irgendwie muss es doch hier auch rausgehen. Oder nicht? Sollen wir einen Ausgang nach oben geben? Oh, oh, oh. Oh, Mann. Warum haben wir den Palken überhaupt gekriegt? Alles sehr... Mystery. Also, ich kann mir nur vorstellen, da oben rechts. Hier. Langsinnig. Kommen wir denn hier raus? Gehen wir raus? Kommen wir denn hier raus? Oder nee, die wurde doch eigentlich versiegelt, der Ausgang. Warum haben wir den Palken? Sondern nicht nur, um mal eben so ein Schloss rüber zu fliegen. Was ist denn? Muss man sich da raus geben? Uh-huh. 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 Ist alles so... ...krostlos hier. Einfach nix zu entdecken. Na gut, also doch da. Doch den Turm hier hoch. Ah, hundertprozentig ist das falsch. Wir müssen den letzten Kristall beschützen. Wo ist er denn? Hier im Turm? Heute sind wir Level 60, wenn es so weitergeht. Irgendwann eines Tages. Also wie gesagt, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre höchstens der Teleporter beim Boss. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass tausend Folgen nur dieser blöde Turm hier ist. So, wo geht es jetzt runter? Jetzt war das doch... Warte, warte, warte. Rechts. Und hier, ne? Wenn ich mich nicht alles irrt... Jawohl. Jetzt war das unten links. Nicht der Einweiter. Wenn ich mich nicht alles irrt, müsste es hier sein. Guckst du dich rein? Wollen wir wetten? Oh, glatte! Clean! 5000. Er hat Level 40 und hat Erdstoß gelernt. Ich gehe mal im Gucken. Mit Erde ankommen. So, jetzt war das... Wenn mich nicht alles irrt... Oben rechts, oder? Oder oben links. Ist das rechts oder links? Ich gehe rechts mal im Gucken. Nicht, dass ich umsonst nach links laufe. Nein, mach das Ei nicht kaputt. Nein. Nein. Oh, zwei Schlinge und das Ei war kaputt. Da wollte ich auch ein Geh gekriegt. Aber darum längst. Guck mal, sie... Hält sich immer schön fit. Jetzt könnt ihr auch Automos machen. Vor allem... Soll das so ein Easter Egg sein? Hänsel und Gretel mit der alten Hexe? Wir sind ihre Pum. Die hat uns weichgekocht. Deswegen sehen sie so blass aus. Richtig. Durchgegart. So, siehst du, da sind wir auch schon. Also in der Mitte kommen wir ja sowieso nicht hoch. Ist ja kaputt. So, siehst du einmal Blitz, 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 schon weg. Einmal Blitz, 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 Blitz weniger. Jetzt sind wir ja auch wieder fünf Leute. Deswegen würden diese Attacken ja auch schon wieder ewig dauern. Oh Mann. Guck. Blitz, 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 Blitz. Wenn das drei Leute machen, dann hast du 15 mal Blitz, 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 Blitz. Blitz, 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 Blitz. Und wir hängen denn hier nur so und denken uns nur so, oh Mann, jetzt halt doch mal die Schnauze. Blitz, 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 Blitz. Schnauze, Blitz, Blitz, Blitz. Aber speichern, glaube ich, sollten wir trotzdem, oder? Ja, komm. Sicher, sicher. Ich hoffe, wir sterben und die ganzen Tauben wieder hoch müssen. Na, 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 na. Ich weiß nicht, warum ich mich immer umdrehe dabei. Ich finde, das ist immer schöner, wenn der Charakter in die Cam guckt. Ich habe schon komische Tics. Oh Gott. Bitte die hier zuerst. Jawohl, der ist stehen geblieben. Kein geblitze, Gott sei Dank. Ne, 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 ne. Wenn wir in die Oberwelt müssen, dann fress ich auch mal ein Besen, weil ich keine Ahnung habe, wie wir in die Oberwelt kommen. Und gleich mit dem Teleporter so, bäung, Oberwelt. Das hat ja nichts mit der Halskette zu tun, dass hier ein Teleporter funktioniert, oder? Ach, 100%ig sind wir hier falsch, aber es ist ja draußen nichts. 100% falsch, 100% falsch, 100% falsch. Außer Betrieb, Alter. Hab ich doch gesagt. Wir hatten doch noch so ein Ding, um eine Station nur. Ähm. So. Hatten wir das nicht? Also wahrscheinlich können wir das hier nur nicht, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Völlig umsonst hier schon wieder rein. Vielleicht in der Mitte, wo die Tür kaputt ist? Vielleicht ist der Prinz He-Man und macht da die dicken Dinger-Moves. Aber wir können nicht mal Teleporter benutzen. Oh Mann, ey. Wo müssen wir denn jetzt hin? Oder hätten wir mit irgendjemandem reden müssen? In der Burg. Mit jemandem bestimmten, der dann gesagt hätte von mir, komm, ich bring euch auf die Oberwelt. Ich kenne den Weg. Hm. Ja, das war ja wohl. Und warum kann ich mich hier nicht raus teleportieren? Das ist ja auch nochmal so ein Fail obendrauf. Hm. Ich bin nicht fällig umsonst den Turm hoch. Aber runter müssten wir auf jeden Fall nicht laufen. Ähm. Ich bin ganz schlau und wir können uns teleportieren. Ja, komm raus. Du schwarz, Echse. Ach komm. Ähm. Mardy, der ist fähig. Bloß keine Erfahrung können. Ja, dann versuchen wir noch mal da die Mitte. Ach, belastend. Alles belastend. Oh, schon wieder nein. Und kann das Gebet erhört werden oder nicht? Wunder geschehen, meine Damen und Herren. Wunder geschehen. Und ausputzen. Ja. Rache. Ja. Guck mal, dicker fetter Drache und rosa Trifne. Oh nein, rosa ist verwirrt. Wie kann er nur? Jetzt glaube ich, weil wir alle fünf Jahre leben, kriegen wir nur 13.000 Erfahrung. Müssen 13 sein. Oh. Oh, gut Level. Also der Drache lohnt sich ja am besten natürlich, wenn alle tot sind. Außer einer. Kann ich nicht irgendwie ein Item benutzen oder so, um hier irgendwie zu entkommen? Warum nicht? Geht ein Item. Warte. Exposion, warum ist das denn der? Öffnet den Eingang zur versiegelnden Hürde. Welche Hürde? Nach Waffen, Rüstung, Gebrauchgegenstände. So, und jetzt nehme ich hier einfach so einen Notausgang. Oh, er erhöht die maximale LP um 50. Auf den Heiler am besten, ne? Also ich gebe so, solche Steps, Sachen gebe ich am liebsten immer an meinen Hauptcharakter. Weil wie man ja sieht, sterben die Leute ja immer. Und angenommen, ich hätte Young das gegeben, Young tot. Deswegen gebe ich das immer an meinen Hauptcharakter am liebsten. Aber ich glaube, rosa als Heiler hat dieses Nötiger, oder? Okay, wir können auch das Buch lesen, ne? Wuhu! Haben denn noch sonst noch irgendwelche Items? So, jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurück. Und treffen dann dauernd jetzt irgendwelche Eier. Kannst du beten? Danke, lieber Gott, dass ich ein 200 Leben mehr habe. Bitte. Oh, direkt wieder der Drache. Er war ja dick stehlen. Schiefer. Die Schaffee geschlagen, ach, fick dich doch. Und er ist blind. Normalerweise müsste er stumm sein. Ich habe stumm Pfeile und keine Blind Pfeile. Ich verstehe gar nicht, warum der überhaupt blind wird. Hey, kennt ihr mich, ne? Ich bin Schiefer. Und das ist ein Untergang. Endlich mal anfällig. Ach, jetzt auf einmal hat Gott wieder keine Zeit, ne? Ach, kommt schon. Aber jetzt kriegen wir mehr Leben. Mehr Leben, sag ich schon. Mehr Erfahrung. 17.000 müssen wir jetzt kriegen. Guck. Ah, da fallen sich die beiden. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache, dass einer nicht mit stark wird. Ach, mich regt nur auf und es tut mir so leid. Dass wir den Turm hier völlig umsonst hochgelatscht sind. Eine Million Etagen. Na ja, sehen wir doch als Training. Ein paar Level haben wir ja jetzt dadurch zusätzlich gekriegt. die wir hätten sonst nicht haben. Und dann müssen wir mit irgendjemandem in der Burg reden. Also was da noch ist, bleibt ja nichts nicht mehr übrig. Äh, hoch. So, jetzt da unten links. Welche versiegelte Höhle? Also, also hier unten, in der Unterwelt, gibt es keine Höhle. Gibt es nicht? Gibt es nicht? Oh man. Hör mal, was da? Oh man. Schon wieder neu. Schon wieder Drache. Mein Munkel. Wir werden es herausfinden. In 5, 4, 3, 2, 1. Ach komm, leck mich doch. Tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut. den wir schon da leider noch nicht so ganz du 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 sandamas und dama sandama 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 oder sandam da sieht so komisch aus wie kane seine axel aber schwingen kann er sie dann muss man ihm lassen er kann sich schwingen schwing dein ding sind wir schon da nein noch nicht jetzt müssen wir oben wenn wir schon da oh ja nur noch nach unten und dann wird sie kommen wir müssen gleich mit jedem reden der in der burg krieg auch schon wieder hungern dann haben wir ja vor der aufnahme habe ich mir ja ein paar nougat wird reingehauen und ich finde dass wir weil der nougat der stoppt halt so ne braucht man auch nicht allzu viel wenn ich kellogg's nehmen würde bräuchte ich erstmal eine 400 gramm schale nur mit kellogg's um überhaupt erstmal ein bisschen pappen satt bis zu werden so also hier geht es nicht hoch ne ich kann auch a drücken wie lustig werden ich kann nix drücken um irgendwie hoch zu fliegen wo ist der ausgang wo ist der ausgang ich finde ja oben links das sieht so verdächtig aus ne da gehen wir noch mal zum könig wir werden die feindlichen drucken aufhalten Eilt ihr zur versiegelten Höhle im Südwesten? Hä? 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 Süd? West? Hier? Nee, da kommen wir aber mal raus. Was ist denn eine Höhle? Ist keine Höhle, ey. Hä? Oder ist hier irgendwie was Geheimnis? Warte mal. So, einmal speichern. Äh, ja, erst mal heil... Ach. So, jetzt einmal speichern. Also das hier ist ja keine Höhle, oder? Keine versiegelte Höhle. Im Südwesten? Meinte auch jedenfalls auch nicht die Oberwelt, weil die war ja im Osten. Hallo. Wir werden die Turmkanone mit unserem Panzer ablenken. Okay. Hallo. Die Zweige sagen immer, sei tapfer. Hallo. Möge dir heil und munter sein. Hallo. Pöbel mag nicht im Turm sein, aber... Hallo. Ich bin tapfer. Hallo. Die Monster hier... Ein echter Böller. Hier oben vielleicht? Hier? Nee. Hä? Welche Höhle im Südwesten? Das ist ja die einzige Höhle, aber da kommen wir ja hier immer hin. Hallo. Cheerio. Jetzt sind wir hier. In der Zwergbaum. Hä? Also entweder bin ich total verblödet oder ich bin total verblödet. Such dir das aus. Schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. Was glaubt ihr? Diese Halskette ist ein Elfschlag. Sie gehört zu meiner Mama. Südwesten. Könnten wir nur fliegen, dann könnten wir diese versügelte Höhle erreichen. Aber Zwerge können nicht fliegen. Es gibt Gerüchte, dass es hier unten eine Höhle geben soll, die ins Land der Beschwörung anführt. In der Nähe der versiegelten Höhle liegt das Dorf Tomra, in dem auch Zwergenbrüder leben. Aber uns trennt die Magmassee. Magmassee. Sodass wir uns nicht besuchen können. Euer Schiff kann nicht über die Magmassee fliegen? Kann euer alter Freund da nicht etwas machen? Was ist das? Ja, genau. Wir können nicht über... Warte mal. Okay, also deswegen kommen wir nicht weiter, weil wir müssen über die Magmassee. Oh, warte mal. Gab es hier nicht ein Lazarett? Moment. Moment. Uno-Moment. Ja, hier sowieso nicht. Moment. Hier ist ja auch kein Lazarett, aber ich wollte nur mal gucken. Gab es hier nicht ein Lazarett? Ich kann... Ich will ja auch jetzt nicht meine Spoiler-Gedanken spoilern. Aber ich glaube... Ich glaube, wir müssen wieder richtig hier oben, ne? Hier. Ne, das ist das Innen. Entschuldigung. Ja. Ne, 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 ne. Der hier. Ja. Oh. Was denn? Ein zweites Abendessen? Also, die Küche hier unten bei euch ist wirklich gewinnungsbedürftig. Aber es hilft nichts. Ich muss mich damit ara-a-a-zit. Du lebst. Da hast du dir aber einen Auftritt geleistet. Wer ist der alte Kauz? Kauz? Hat mich dieser freche Borsche hier meinen alten Kauz genannt? Du bist hier der Freche von uns beiden. Wer ist hier der junge Frechdachs? Ich bin H, der Prinz von Neplan. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen, alter Kauz. Er hat ein loses Mundwert. Er ist aber tatsächlich ein Prinz. Vergiss nicht, mein gutes Aufsehen und meine überragenden Fähigkeiten zu loben. H, bitte. Sid ist verletzt. Du darfst ihn nicht aufregen. Sieh an. Wenn die hübsche Rüde dir was sagt, kuschst du also? Sei still. Was ist mit Goldbez, Cécile? Ach, wir haben alle vier Elementarfürsten bezwungen. Aber bis auf den letzten hat er noch immer alle Kristalle. Wir werden uns den letzten Kristall ja gerne holen, aber die Enterprise ist leider an der Oberfläche. Mit dem feind erbeuteten Schiff können wir nicht über die Magmafelder fliegen. Hm, das sind wirklich trostlose Aufsichten, aber zum Glück habt ihr ja mich. Ohne mich seid ihr doch aufgeschmissen, Kinder. Gebt es ruhig zu. Du musst aber im Bett bleiben, bis deine Wunden verheilen sind. Ab, 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 ab. Mir geht es wieder blenden. Keine Zeit zum Fletzen. Fletzen. Wenn ihr mich rasch wieder ins Bett sehen wollt, dann kommt mit und helf mir. Dann geht alles schneller. Es scheint dem gut genug zu gehen. Absolut. Was bringt das an? Was bringt das? Alter, ich sag nichts. Das könnte vielleicht was bringen. Ah, ah. Hau überall mit deinem Holzhammerraum, wie überall. Puh, fein. Jetzt solltet ihr so ziemlich über jeden Untergrund gefahrlos fliegen können. Danke, Zed. Hm. Zed. Da hat mir so total in Erschöpfung gearbeitet. Er mutet sich immer wieder viel zu viel zu. Danke für alles, Zed. Hallo. Mein Brief unter seinem Kopfkissen. Ich schreibe diesen Brief für den Fall, dass mir etwas zuschauen sollte. Wenn ihr diesen Brief jetzt lest, ist es das wohl. Gebt dem bösen Saures und eine extra dicke Kopfnuss von mir noch oben drauf. Das schulden wir unserem verstorbenen König. Nein. Wir schulden es jedem und alle immer auf der ganzen Welt. Auch den Bewohnern. Der Unterwelt hier. Obwohl die miserable Küche sind. Und bitte richtet meiner Tochter aus, dass es mir sehr leid tut, ihr mit meiner Sturheit das Leben schwer gemacht zu haben. Alles Gute und Liebe. Euer Zed. Tätigkeiten studieren erhalten. Ja, da weiß ich auch genau schon, was ich damit mache. Nämlich studieren. Das geben wir nämlich Itch. Warum geben wir das Itch? Ach, was ein Stehlen sowieso für ein Arsch ist. Und statt Stehlen... Kriegt er studieren. Haha. Na 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 na.